The following video is rated P Ich hab mich verklickt Ich wollt mitm Schwerd schlagen Nein Gib ihn Am Arsch Wieso geht das auf mich? Ich hab mich wirklich verklickt Nein Oh was ein Schlobo Boah Carsten heult Ich wünsche ich hätte ne runtschlagendes Schwert Ich wünsche ich hätte ne runtschlagendes Schwert Ich wollte dir grad noch eins bauen Ich hab mich echt verklickt Du mieser Sack Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was zieht die Sau auf mich? Aua Ficke dich Auge Brady ist gleich tot Nein Also Tod ist so ein hartes Wort Komm der ist gleich down Junge Ey Leute eine Frage wo steht der Hund Warum Warum? Warum interessiert dich das? Ach ja Wegen Wegen die Spawn Ja Boah mach ich dem hart damage ey Ne ich glaub den kriegen wir nicht mal vor Tag machen Oh fuck ey Doch man Würde auf jeden Fall sieben nicht knapp werden Das ziehen los Verzauber ihn Verzauber ihn Verzauber ihn Verzauber ihn Verzauber ihn Verzauber ihn zum Tod Alter Ihr fackt von mir vor mir Verzauber Ansonsten kostet mich noch mich Weiß noch, halte ich mich wohl zurück Waaah Geh nirne von dem Feuer Geh nirne von dem Feuer Oh Oh mein Gott Zieh nirne von hin und her Aber Fepzin ist auch gleich tot Ja das macht nichts Boah Keine Pfeile mehr Blackpock down Doch lol wieso schieß ich nicht mehr Just what Lawrence Ok ich hab keine Pfeile mehr Mann da geht die ganze Zeit aus dem Spiel raus hier Wieso das? Weiß ich nicht das ist Carstens Rechner Ok jetzt ist er angepisst Rage Mode Ok jetzt ist er angepisst Ok jetzt ist er angepisst Er ist angepisst Das Viech ist pissig Lukas Tanken Tanken Oh mein Gott ich bin tot Oh mein Gott ich bin tot So viel zum Tank So viel zum Tank Oh mein Gott Ne erstmal hier Peps hin Warte mal jetzt muss ich mal kurz Oh mein Gott Oh ich hab ne Sternschnuppe Ich will noch nicht sterben Ach du scheiße 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 aaaaaaah Kommt hier in ihr seid ihr im Heilungsbereich vom Feier Ich hab wieder Der kommt hier Ich lass ihn gerade immer daneben schnappen Jungs heilt euch Ich weiche aus Lass die Nein Ausweichen ausweichen Leute Leute wir müssen ihn kaputt machen Es geht langsam die Sonne auf Ich so legiert schon auf Ich hab keinen Mana Ich hab keinen Mana Ich hab nur noch neun Leben Ich muss mich heilen Jawohl Hab mich dafür gehabt Ne doch ich scheiße Fuck Oh Gott Nein Niiiihihi Das war alle drauf ey Boah Und ich sparsel euch im gebrochen Bett Nein Und da ist schon derart Der hat noch 29 Leben Hau ihn einfach Hau ihn Hau ihn doch Hau ihn doch Ich hab voll ihn Schlag ihn Hau ihn Jawohl Das war überhaupt nicht umständlich oder so Ah ich hasse euch Lass mich mit dem Feier doch nicht allein Boah Alter Ey du bist so ein Mistkind ich sag's dir Was? Hast du missgeraten? Ich? Ja du Alter Nein Da beschwittert das Auge erstmal Ja Alter Das hat heute noch nicht mit der Absicht gemacht Du scheiß Mongo Ja richtig Du bist ein riesen Mongo Alter Riesen Mongo Dann nimm das Ding Nimm das Ding noch nicht in die Hand Nimm das Ding noch nicht in die Hand Weiß nicht Wenn du weißt dass du irgendwie kacklad bist Ich hab ne komplette Silberrüstung Und ein Goldschwert mit Plus 8 Zeiss Und eine Gold Pickaxe Und eine Gold Pickaxe Ich wollte auch noch Ja ich würd mal sagen Ich hab alles Ich hab hier Ehh 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 Rainy Silberhelm Whitey Ja ich brauch Carl Silberbrust hatte ich Freitod Ja ich hatte auch ne Silberbrust Hahaha Das ist nicht passiert Rainy jetzt komm mal hier und verteil die Sachen Ja Rainy verteil ich mir die Sachen Freitod Oh Rainy Alter Ich zuerst Ja ok Ja 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 Jetzt kommt Febs jetzt So Silberhelm Lukas Danke Ich will Fabi seine Schuhe geben Ich will Fabi seine Schuhe geben Silberhelm Ja Das ist das Ding Das hat Dustin die Ne Was noch Febs denn? Und ähh Chain ähh Brustplatte Das wird dein Also Lead oder so Oder Iron Was auch immer Ich hab ein Leadstein Mail dabei Das habe ich nicht Tut beleid Dustin? Was? Was hattest du für ne Brust? Film Und zum Herbert und ich würde Ich hatte Ancient Ancient Irgendwas Greaves Ich hab ein Amistidhook Ach den Wer hat einen Sapirhook? Ich hab ein Emerald Entschuldigung Ja Fastmeiner ist Emerald Wer hat die Ancient Ancient Irgendwas Greaves Weil die Ancient Was? Ancient Ancient Irgendwas Greaves Ich weiß nicht wie die heißen Und ich hatte noch einen Heiltrank Achso Ancient Ich hatte insgesamt noch vier Heiltränke Ja einen hatte ich Carsten Bei Carsten bin ich gerade Ne ich mein ich hab vier Ich hab also ich hab sie Ich habe sie Und das Jo danke So creepy Kletterhaken Den hat Charles nicht bekommen Komm mal her Meine Eisenspitzhacke Meine Eisenhacke Ähh Creepy Du hattest Ich weiß nicht was hattest du noch Komplette Silberrüstung Ich hab nur Silberbeinschutz Ja Leute wer von euch hat äh Hast du vielleicht Tinhelm Nein Oder ich hab noch ne Truhe Wer hat ne Ich hab Tinhelm Tinhelm hab ich Wer hat Silberbrust Wer hat Silberbrust Lass dir ihn erst das vor So Welcher Schmerz von euch hat man den Silberbrust Ich hab keine Ahnung ich hab ganz viel Kaktus Kaktus ist mein Cool Ähh Da Danke Okay Kriege ich jetzt noch meine Tinhelm Sachen und meine Mein Leadschwert Ja hier Tinh Warte ich hab noch mit Silber Da Das hab ich noch gefunden Tinh Tinh Ähm Ein großes Leadschwert Werte einen Bogen Ich hab einen Bogen Oder Fabian Leute wer hat mein Goldschwert Ich Plus 18 Zeiss Weg da Carsten Mach hier grade was Und ich hatte noch eine Gold Pickaxe Und ich hatte noch eine Gold Pickaxe Ne Gold Pickaxe Ne Gold Pickaxe Die hab ich nicht Ich hab noch im Angebot einen Höhenforschertrank Ne Gold Pickaxe Ne Gold Pickaxe hab ich hier Was hast du eigentlich für ein Helm Äh Silber Silber Helm aus Äh Der hält mich an die äh An die Captions von Warcraft Sky Von den Menschen Mir fehlt noch ein Emerald Hook Mir fehlt noch ein Emerald Hook Und mir fehlt immer noch ein Schwert Und meine Eisenhacken Ich hab ein Emerald Hook Achso willst du noch ein Eisenbreitschwert Dann gib mir her Ich hatte ich weiß gar nicht Ich hatte ein Lid ja Hattest du ein Laphir? Ich hatte glaube ich ein Lila ne Wer hat den blauen Hook? Ja liebe Zuschauer so gehts weiter Keine Ahnung du gib mir den blauen Warte mal Carsten hatte glaube ich den Amestit ne Und dann hatte ich von den blauen Ich hatte glaube ich ein Lila ne Und komm mit her Also Jungs Ich hab hier noch ein Eisenbreitschwert Ja meins Immer noch Geh mal da eben weg Wenn die Farben anders geben kann Ne ich hatte ein anderes Meins war blau Dunkel zumindest Ich hab Eisenkurzschwert Mir gehört das Ironbroadsword Was ist das denn noch? Ich hab ein dunkles Ich hab ein dunkles Breitschwert Das Iron war meins Und ich hab hier grad das Lid in meinem Inventar Wer will Wurfmesser? Warte ich Ich hatte Shuriken Shuriken Shuriken? Okay Hat die immer noch ne Eisenachs? Shuriken Eisenachs? Aber ich hab hier noch Flammenpfeile und normale Pfeile Aber Shuriken Die würde ich nehmen Flammen und normale Pfeile Ja Aronaxe nehme ich auch gerne Aronaxe nehme ich auch gerne Wer hat immer noch Aronaxe? Wer hat immer noch ein dunkles Breitschwert So ein dunkles Breitschwert Hat das noch jemand? Ja ich hab das wie gesagt Fabian Ja meins Hier gehört das Eisenachs Ich habe noch ne Tagesknume Und ich brauch noch meine Spitzsacke Ihr fehlt noch ein Holzhammer Es wird immer weniger was ich im Inventar hab Ich glaub wenn man stirbt verliert man noch irgendwie ein bisschen was Na Nein Ich hab jetzt schon des öfteren irgendwas verloren Also sag mir mal was vermisst ihr denn noch? Holzhammer Eisenspitzsacke Okay außer Werkzeug Werkzeug hab ich jetzt keine mehr außer die die ich trage Ähm hier fehlt noch ein Heiltrank und 40 Fackeln Hier fehlt nichts Oh lord So jetzt grade hab ich das Pepsin die Heiltränke bekommen Äh Pepsin kann ja mal verteilen Kann man sich eigentlich so ne Pepsin wie hast du hier so nen Zauberstab hergestellt? Äh mit Äh Barren und Edelstand Die mir übrigens sind auch alle fehlen aber das ist nicht so Kumpelang Und Wie viele? Acht Ach ja mir fehlt noch 40 Holz Edelsteine Ah nee doch nicht Ja Von denen mir alle fehlen die Kappe Ey Carsten Guck mal Äh Lukas hast du Edelsteine? Nein Mir fehlen noch 40 Fackeln Dankeschön für den Kaktus Dankeschön Oh ich hab das alles wieder Und wieviel Schaden macht das? Äh auf jeden Fall mehr als mein Eisenkutschbett Blum 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 Was ist denn geil in meiner Truhe? Das würde ja auch ne Truhe bauen Hatte das Auge jetzt eigentlich auch Dämonieters gedropt? Pツ Ich hab keines Steinjuか sind jetzt eigentlich stein war hier aus meiner truhe ausgenommen stein block die waren hier noch drin weil unten an der truhe war nichts mehr drin außer die und ich hatte noch diverse edelsteine edelsteine habe ich doch nicht rausgenommen ich hatte nur das erz und sowas marsch damit man sich das bewusst machen kann leute ja ich habe keine fackeln ja scheiße was auf die 40 fackeln alter ich habe rosa wasen und höhlenforscher tränke und ich habe eine truhe kann ich die truhe verwenden die ich im inventar habe das war meine ich vermisse ich habe so dass hier beanspruche ich jetzt für mich das hier ich stehe jetzt mal die etage hier die reihe welche reihe wo diese reihe hier wer anspruchs wenn sollte ist unter mir also ich bin das über über kubi da wurde ein typ stres gerade so in harley kranton übertreib ihn die ganzen saubern da muss ich eben lieber fahren genau hat jemand noch ein holzhammer weil obwohl ich habe einen aber den verwende ich heute ich muss jetzt auf jeden fall voll sammeln findet ruhe so so ja jetzt erst mal das kleines warm weil mir auch mein ganzes gel geklaut wurde erst mal zwei gel weggenommen das sind was möchtest du mir gerade sagen ich kann nicht immer raus haben ja ich kann trotzdem nicht wir sollten so langsam mal zum ende kommt für heute ich habe noch keine truhe